Dies soll eines der größten Mindmaps über die psychologische Analyse des Lernens an sich und im schulischen Kontext sein. Aber sicherlich hatte Werner Corell beim Entwerfen und Konzipieren seines Buches ein noch viel größeres Mindmap. Denn was geschieht eigentlich beim Studieren eines Buches? Wir dechiffrieren den Text, den der Autor ebenfalls aus einer Art Mindmap erstellt hat. Aber ich habe dies als eine Art Lernlandkarte getan und somit eine übersichtliche Struktur erstellt, die von dem Inhaltsverzeichnis des Buches mit Sicherheit abweicht. Nämlich vielmehr eine logische und intelligente Gliederung der wichtigsten Aspekte darstellt. Im Zentrum steht natürlich das Lernen. Der Autor Corell hat sich zunächst gefragt, was dem Lernprozess vorangeht. Die Motivation natürlich. Und nach dem Lernprozess, welcher auf wissenschaftlichen Untersuchungen, Studien und Theorien basiert, sowie in der Schule eine praktische Anwendung findet, geschieht eine Rückkopplung. Im besten Falle. Oder im schlechtesten Falle eben keine Rückmeldung. Außerdem soll hinterfragt werden, wie man Lernprozesse am geschicktesten nutzen kann mittels den Effekten der Mitübung und des Transfers. Diese Überlegungen stehen ebenfalls allesamt vor dem Lernprozess. So auch in meiner Lernlandkarte. Danach allerdings kann oder muss es zwangsläufig bei eigentlich jedem Individuum zu Lernplateaus oder Frustrationen kommen. Denn wir lernen doch nicht nur, um uns Wissen anzueignen oder die Intelligenz zu trainieren, sondern auch, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Und diese Persönlichkeit steht im sozialen Kontext stets vor Lernblockaden oder Plateaus. Dies ist nicht natürlich, sondern allein durch die Erziehung in der Gesellschaft gegeben. Welche unsere inneren geistigen Strukturen bedingen, sodass Widerstände unumgänglich sind, welche wir durch Übung und Lernvorgänge bewältigen können. Und zu guter Letzt soll gefragt werden, wie wir unsere Ausdauer und Konzentration am besten ausbilden und steigern können. Die Hinweise und Tipps dafür entspringen natürlich auch den Lerntheorien, welche zum Beispiel auf Verstärkungsplänen basieren. Gleich zu Beginn fragt Corell, was uns Menschen eigentlich von Tieren unterscheidet. Woher also unsere faszinierende Eigenschaft kommt, lernen zu können oder sogar zu müssen? Weil wir doch alle Sozialwesen sind und in einer gewissen Kultur aufgewachsen und mit sowie in dieser erzogen worden. Der Mensch ist an sich ein Mängelwesen, welches den niederen Instinkte eines Tieres nur minimal ausgeprägt hat, sich also alle Verhaltensweisen selber antrainieren, also anlernen muss. Das zentrale Ziel, welches das Inviduum stets verfolgt, ist dabei die Reduktion einer Bedürfnisspannung. Der Lernprozess beginnt stets mit einem Hindernis, welches überwunden werden muss, damit das Gleichgewicht, die Harmonie oder Selbstzufriedenheit wiederhergestellt wird. Dafür lernen wir Menschen im sozial-kulturellen Kontext Sprachen und angepasste Verhaltensweisen. Über die lebenswichtigen Lerninhalte hinaus benötigt der Mensch stets Motivation, um sich allgemeingesprochen weiterzuentwickeln. Extrinsische, sekundäre soll dabei stets in intrinsische, primäre Motivation überführt werden. Letztere ist stets auf eine bestimmte Sache oder einen Gegenstand fixiert, an diesen gebunden. Aber meiner Meinung nach entspringt die intrinsische Motivation vielmehr dem Drang, die Persönlichkeit zu bilden. Daher ist meine ureigene Didaktik, die ich hier bei YouTube in meinen Videos präsentiere, auch genau an dieser intrinsischen Motivation orientiert, nämlich um die Persönlichkeit zu bilden, während das klassische schulische Lernen ja stets nur mittels sekundärer Motivation geschehen kann, weil es eben gerade nicht die eigene Persönlichkeit in den Fokus rückt. Das Individuum muss weiterhin für jeden Lernprozess eine gewisse Reife aufweisen, also körperliche und geistige Reife sowie Intellekt. Es bringt wenig Erfolg, wenn der Zeitpunkt der Reife vorgegriffen oder verpasst wird. Ganz im Gegenteil, wenn erst in der zweiten Klasse mit Rechenaufgaben begonnen wird, dann macht dies für die meisten Schüler keinen Unterschied im Lernerfolg, laut Corell, welcher sich auf einschlägige Untersuchungen und Studien beruft. Dennoch geschieht das Lernen nicht automatisch, sondern muss durch Rückkopplungen stets erneut aktiviert werden. Natürlich ist Lob am besten, aber für den Lehrer auch nicht immer angebracht. Ein konstruktiver Tadel, welcher individuell ausgesprochen wird, bewirkt oft auch einen großen Lernerfolg. Wenig bringen dagegen Ignorieren von Lernergebnissen oder Sarkasmus. Dennoch sollte bei introvertierten Schülern auf die Stärke des Tadels geachtet werden. Ziel ist es, beim Lernen eine Ausdauer und Konzentration zu erreichen, welche zunächst von der Motivation abhängen, also vom erwarteten Erfolg einer Tätigkeit und der damit verbundenen Reduzierung der Bedürfnisspannung. Kontraproduktiv dagegen sind falsche Antizipationen. Wenn der Lehrer also den konkreten Lerninhalt und seine Bedeutung überbewertet, dann führt dies im Folgenden zu einer Lernunlust und Plateaus. Natürlich aufgrund von Enttäuschungen. Im einfachsten Fall kann man dies bei den bekannten Experimenten über die Konditionierung studieren. Bleibt ein Reiz aus, dann beginnt die Verknüpfung zwischen Reaktion und Reiz darunter zu leiden. Noch viel signifikanter ist dies aber beim operationalen Konditionieren, welches jeden minimalen Lernerfolg belohnen muss, damit die konkrete Operation oder Tätigkeit ausgeführt und gelernt werden kann. Mittels des Lernens durch Einsicht begeben wir uns dann wieder auf das Niveau des menschlichen Lernens, welches diese Phasen des Trial and Errors, welche für die Konditionierung grundlegend sind, vergeistigt, also gedanklich ausführen lässt. Beim Denkprozess steht aber dieses gedankliche Trial and Error-Spiel gleich zu Beginn, welches eigentlich besser Selecting and Connecting genannt werden sollte. Denn nach einem Versuch steht da nicht zwangsläufig ein Fehler. Danach wird der antizipierte Lernerfolg einfach mit den Versuchen verknüpft und man nennt diesen vergeistigten Vorgang Denkprozess oder Denken als Prozess des Lernens. Aus dem Konditionieren kann man aber auch die Verstärkungspläne auf das menschliche Lernen übertragen. Dabei sind Quotenverstärkungen am wirkungsvollsten, denn die zeitlich gebundene Intervallverstärkung steht vermutlich in einem nicht so engen Zusammenhang zum eigentlichen Lernprozess. Viele kennen außerdem die Vergessens- oder Behaltenskurve von Ebbinghaus, welche illustrieren kann, wie das menschliche Gehirn gelernte Inhalte über einen gewissen Zeitraum behalten oder vergessen kann. Grundlage dafür sind Regelmäßigkeiten bezüglich des Lerninhaltes, also dessen Sinnhaftigkeit oder in welcher Form der Lerninhalt abgefragt wird. Wichtige Faktoren für das Erinnern oder Behalten sind das Material, die Lernmethode, die Intensität, Motivation sowie die individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten. Über die Motivation gelangen wir dann vom individuellen Lernen zum schulischen Lernen. Dabei spielen laut Freud und Adler die Libido- oder Machtmotive eine zentrale Rolle. Macht dient allgemein zur Kompensation von Minderwertigkeitserfahrungen, wobei die Ziele folgende sind. Soziale Anerkennung wie Status und Rang, Sicherheit, Geborgenheit und Freiheit, Vertrauen und Anerkennung sowie Identität, Kompetenzen, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Der Lehrer und die Klasse sind die zentralen sozialen Faktoren, welche den Rahmen des schulischen Lernens bilden. In Gruppen geht es stets um Wettbewerb und Geltungsbestreben. Der Lehrer spielt natürlich die entscheidende Rolle, denn mit seiner Persönlichkeit und seinem Verhalten begünstigt oder erschwert er das Lernen der Schüler. Der IDQ, Integrations-Dominationsquotient, sollte bei etwa 2 liegen. Im besten Fall vollzieht der Schüler die 5 Stufen des schulischen Lernens. Er erlangt eine Motivation, setzt sich ein Ziel, entwickelt einen Ansatz, antizipiert die Folgen und verifiziert seinen Plan in der Praxis mit oder ohne Erfolg. Schüler müssen aber in vielen verschiedenen Fächern Leistungen erbringen, sodass auch beachtet werden sollte, welche Wirkungen das vorher Gelernte auf den folgenden Unterrichtsstoff in einem anderen Fach haben kann. Im besten Fall kann das Gelernte in anderen Situationen wieder angewandt werden, hat also einen positiven Einfluss auf andere Lernhandlungen. Dann spricht man von Mitübung. Wenn einzelne Aspekte auf das nächste Fach übertragen werden können, dann spricht man von einem konkreten Transfer. Ein wichtiger Hinweis wäre außerdem, dass praktische Anwendungen auf allgemeine Probleme geübt werden sollen. Zuletzt ergibt sich schließlich der Wert einzelner Schulfächer, wobei Algebra oder Mathematik allgemein am höchsten angesehen werden, im Gegensatz zum Erlernen sinnloser Silben. Ein Mitübungseffekt ergibt sich aber auch durch die Musik, konkreter gesagt durch den Rhythmus, mit welchem zum Beispiel Silben oder Gedichte eingeübt werden. Das beste Beispiel ist dafür die Rapmusik, also der Sprechgesang. Erklären kann man diese Effekte durch die subjektive Theorie der identischen Elemente nach Thorndike oder durch die objektive Generalisierungstheorie, welche vom Prinzip her das gleiche aussagen. Einen negativen Effekt kann aber auch die Wahl schlecht aufeinander abgestimmter Schulfächer haben. Dadurch ergibt sich im schlimmsten Fall eine retroaktive Hemmung. Siehe vergessen. Vergleichbar mit zwei Steinen, welche im See Wellen schlagen, die sich gegenseitig beeinträchtigen. Eine schlechte Motivation oder Einstellung kann den Lernprozess aber auch proaktiv hemmen. An dieser Stelle möchte ich zu guter Letzt noch meinen Videobeitrag zu den Lernplateaus ergänzen. Diese kann man nicht nur durch Automatisierung bewältigen, sondern zunächst durch die exakte Darbietung des Problems und die richtige Einstellung zum Lerninhalt. Ich denke, durch meine Zusammenfassung hat man erkennen können, wie vielschichtig das menschliche Lernen in der Theorie, Praxis und auf das Individuum bezogen ist, sowie welche Aspekte und Faktoren eine Rolle spielen, um einen Lernprozess zu initiieren und letztendlich aufrechtzuhalten. Belektriote Musik Untertitelung des ZDF, 2020